Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum 2. Mai hier beim JFD Devisenradar Montag. Ich begrüße Sie recht herzlich. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in den Mai. Heute ja schon der zweite und wir sehen die Märkte hier schon in einer Auftaktsfreude. Hier überwiegend Gewinner am Forexmarkt und zum Teil auch noch recht ruhige Bewegungen. Mag auch daran liegen, dass wir hier einen großen Bereich haben, der sozusagen in Feiertagslaune steckt. Das wird auch die Woche noch ein Stück weit uns begleiten, aber heute Großbritannien, China, Hongkong und auch Russland sozusagen hier in einer Feiertagspause mehr oder weniger. Das heißt, wir haben hier nicht ganz so viel Kapitaleinfluss, wie man sich das gern wünschen würde. Und insofern ist da auch immer ein Stück weit Vorsicht natürlich angebracht, wenn man hier auf Intraday-Bewegungen schaut. Sprich, die Liquidität ist hier nicht ganz so in dem Umfang vorhanden, wie man sie sich denn eigentlich vorstellt. Sprich, die Händler auch gerade eben aus UK sind hier im Feiertag und da fehlt natürlich ein Stück weit Power. Überdies dann auch noch in den kommenden Tagen neben Russland auch noch Japan. Hier mit Feiertagspause. Also da muss man mal sehen, was die Woche noch so passiert. Wir haben ja am Donnerstag auch sozusagen Christi Himmelfahrt, was natürlich dann dazu führt, dass dann auch im europäischen Raum, hätte ich jetzt mal fast gesagt, hier eben der Handel ruhiger ist, wenngleich natürlich regulärer Xetra-Handel und natürlich auch Forex-Handel stattfinden wird. Aber unter Umständen eben ein Stück weit eingeschränkt. Gehen wir aber mal auf das britische Fund gegen den schwarzen Franken oder auf das Währungsprofil mehr ein. Wir hatten das in der letzten Woche am 26.04. gecovert. Hier die große Situation auch damals bewertet in Sachen Fehlausbruch nach unten, Comeback und jetzt stehen wir hier im Wochenchartintervall, wir machen es direkt mal groß, vor einem Widerstand, den wir interessanterweise in der letzten Woche hier punktuell touchiert haben. Der Preis kam von diesem Niveau zurück und jetzt hängen wir mehr oder weniger hier in dieser Spanne, die zunächst auf Wochenbasis erstmal beobachtet werden sollte. Also mittelfristig mit Blick auf einige Wochen muss man abwarten, ob das Währungsprofil hier nach oben rausziehen könnte. Dann hätte man hier ein weiteres Erholungssignal. Gehen wir hingegen hier nochmal deutlich unter 1.38. Dann muss man davon ausgehen, dass die letzten Tiefs mit Sicherheit angesteuert werden. Das hier so mal der Blick auf den Wochenchart. Im Tagesschart sieht es auch nicht weniger uninteressant aus, denn hier am 26. hatten wir schon die starke Kerze, die sich hier diesem Widerstandsbereich näherte, so um 1.41.75, 1.42. Diese Zone hier fast schon noch 1.42.50 sozusagen als Idealmaß eines Spikes, den hätte ich eigentlich gern noch gesehen. Damals verwiesen wir auch auf den ADX, der hier ja ein gewisses Extrema aufwies. Das will ich Ihnen auch gleich nochmal vorführen. Sprich hier die Trendstärke, die war schon relativ gereift, keine Frage. Trends können sich da auch weiter uneingeschränkt fortsetzen. Aber hier beim Forex-Puls sind dann immer signifikante Werte über 60 und das hatten wir eben hier letzte Woche zur Vorsicht angebracht. Und tatsächlich, wir sehen hier so einen kleinen Umkehr-Impuls und dann ging es ja auch tatsächlich während der letzten Woche dann nach unten. Allerdings eben auch nur temporär, wenn man es mal so sagen will. Sprich, wir haben hier nach der Schwäche vom 26. oder nach der Erholung vom 26. nach der Fortführung vielmehr dann eine Schwäche am 27. gesehen und dann tropfte das Währungspaar sozusagen zum weiteren Wochenabschluss nach unten. Er öffnet dann sogar hier noch ein Stück weit tiefer mit einem Gap Down. Das ist allerdings schon wieder geschlossen worden. Und jetzt sehen wir hier einen Erholungs-Impuls, der auch durchaus gemutmaßt wurde. Eigentlich, wie gesagt, ein Touch von 1.42.50 wäre hier ein ideales Short-Level gewesen. Mit dem ADX kann man sich aber auch unterhalb des Vortagestiefs oder je nachdem, ob es eben ein Aufwärts- oder Abwärtstrend ist, dann Vortageshoch, in dem Fall Vortagestief, hier einstoppen lassen. Das hätte auch schon wahre Münze bringen können. Jetzt ist aber nur natürlich die Frage, jetzt sehen wir heute schon wieder einen starken Impuls, also zumindest einen Erholungs-Impuls. Und da ist jetzt die kritische Frage, wie kann es jetzt weitergehen? Rein technisch haben wir hier ein Support-Level erreicht, gerade mit dem Opening. So ein Stück rüberziehen, haben wir hier einiges an Preisen, knapp erreicht zugegebenermaßen. Und jetzt sollte man Obacht geben, wie sich das Währungspaar weiterverhält. Kurzfristig kann es hier sich schon um ein Ende der Konsolidierung handeln. Sprich, wenn der Markt jetzt hier wirklich sehr, sehr bullisch daherkommt, dann kann unterstellt werden, aufgrund des geringfügigen Touches, hier zwischen dem 23er und 38er Fibonacci Retracement, dass der Markt sehr, sehr bullisch ist und bestrebt, nach oben rauszuziehen. Dabei mal aufpassen, was eben passiert, wenn wir hier nochmal über 1,41, 75, 1,42, 1,42, 50 gehen. Taktisches Kaufsignal, wenn wir hier über 1,42, 50 deutlich rausziehen, dann ergibt sich hier auf der Oberseite definitiv noch weiteres Potenzial. Aber wir haben ja auch, das haben Sie vielleicht vorhin schon gesehen, ein Stück weit Saisonalität, die hier bärisch daherkommt. Und also zumindest leicht bärisch, wenn man sich hier die Punkteskala anschaut, gibt es eigentlich auch schon stärkere Impulse. Aber es zeigt zumindest mal ein Stück weit nach unten. Und wenn wir jetzt mal auf die nächsten 40 Tage gehen, dann sehen wir, dass das sogar noch ein Stück weit sich ausdehnt. Und insofern wäre darauf zu achten, wenn wir ein neues Wochentief machen, also unter dem Opening-Preis der laufenden Session rausgehen, also hier nach unten kippen, auch hier die zwei kleinen Durchschnitte, wir haben hier den EMA 50 und EMA 20, die sind ja auch schon à la Rainbow sozusagen negativ aufgefächert. Wenn das hier dazu kommt, dass der Preis hier nochmal nach unten kippt, eben hier speziell unter 1,39,20 etwa, speziell eben hier unter 1,39,60 dem Opening der Woche, dann ist es hier tatsächlich so, dass der Markt hier nach unten dann weiter kippen könnte, weiter kippen dürfte und dann hätte man hier auf jeden Fall noch Luft bis 1,37,20 und drauf bezogen auf den Wochenschart wäre dann sogar eben noch Potenzial bis zu den letzten Tiefs. Das muss man mal abwarten, wie sich der Preis entwickelt. Letztlich hier jetzt eben ein Stück neutral, aber die Erholung, wenn es denn hier keine Fortsetzung gibt, könnte relativ schnell wieder in sich zusammenkippen und dann hätte man hier tendenziell die Chancen, dass der Preis weiter nach unten kippt. Andererseits, wie gesagt, oberhalb von 1,42,50 wäre hier mit Sicherheit der Longbias zu bevorzugen. Dann wäre die Saisonalität dahin und dann könnte sich die laufende Konsolidierung als Schwungholung darstellen und dann hier entsprechende Perspektiven nach oben liefern. Aber saisonal und hessisch, meine ich, könnte es hier durchaus noch ein Stück tiefer gehen, was dann eben dazu führt, dass der Preis dann doch schon ein Stück weiter tiefer gehen könnte. Da warten wir mal ab, was passiert. Speziell, wie gesagt, unter 1,39,60 wird es dann schon spannend. Und insofern, das mal die Einschätzung zum britischen Fund gegenüber dem Schweizer Franken zum Wochenstart. Ansonsten mal sehen, ob die Woche überhaupt noch richtig was geht. Feiertags bedingt, wie gesagt, aber wir haben ja auch die Non-Farm-Payrolls am Freitag wieder. Der Euro-S-Dollar hier auch sehr, sehr spannend, weil er sich hier genau in der Widerstandszone bewegt. Den wollte ich jetzt zum Wochenauftakt nicht unbedingt covern, weil ihr am Freitag schon im Fokus gehabt habt. Doch wir werden mal sehen, wie der sich jetzt hier noch in den nächsten Stunden bis morgen mausert. Euro-S-Dollar diese Woche auf jeden Fall spannend, weil wir eben hier genau in dieser Widerstandszone stecken. Aber heute den Auftakt britisch von Schwarzer Franken. Und insofern wünsche ich Ihnen erstmal einen guten weiteren Wochenstart. Ihr Christian Kemmerer, auf bald und tschüss. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt noch ein paar Minuten.